Wir sind da vorne auf der Bühne und gleich, wenn wir dran sind, lassen wir auch filmen. Und dann? Zeit, Leute! Ja, das ist ja. Okay. Sieh ich jetzt? Ich brauche ein bisschen nach hinten. Ah, okay. Okay. Dankeschön. Die Differ können auch stehen bleiben. Ja, das ist ja noch ein bisschen. Dann machen wir noch die Differen. Ich bin hier noch ein bisschen. Ich bin hier noch ein bisschen. Ich bin hier noch ein bisschen. Das ist ja noch ein bisschen. Wann ist es ja noch ein bisschen. Ja, aber wir haben jetzt noch mal. Aber wir haben jetzt noch mal. Ich bin hier noch ein bisschen. Und sie haben mich nicht mehr geöffnet. Das ist das Gefühl. Was ist das Gefühl? Ich bin hier noch ein bisschen. Das muss ich nicht mehr darauf reint. So, jetzt sind wir gerade ausgecheckt bei Bibisbeautypalace und wir sind jetzt in den Ruinen von München, von der Kulturhalle. Schaut mal. Creepy. Das ist nachts. Das schaut aus wie ein Kartago. Ja, schaut echt aus wie Kartago. Ja, wirklich. Also, so, halb. Könnt ihr den Ausgang auch noch sehen. Ja, war sehr cool. Wir haben kurz vor denen auch klar war. Oder so 1 Minute 13 habt ihr jetzt gesehen und die waren sehr nett. Wie bei in Frankfurt auch schon. Jetzt müssen wir nochmal um die Kulturhalle rum und müssen mein Deo holen. Das wurde mir nämlich abgenommen. Wegen Feuerschutztechnischen Gründen. Habe ich halt gestunken. Nein, habe ich zum Glück nicht, aber... Und da ist das Einlassschirm. Und da ist das Einlassschirm. Wenn ich jetzt zum Schluss hin filme, ich was war, statt dass ich am Anfang gefilmt hätte. Ja. Da. Naja. Sparenberger. Das seht ihr gleich in meinem Rückending. Und jetzt 3, 2, 1. Da. Juh. Das war mein kurzes Video. Und bis dann. Gott, ich filme schlecht. So wird das nie was mit hinten. Hahaha. Bu Vielen Dank.